Master, we are not in there. Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir haben die fünfte Orte hinter uns und mein lieber Gesangschrein. Was los, ne? Ja, ist aber... 64 Zombies ist schon ein bisschen was. So, das steht auf 5, das ist in Ordnung. 64 Zombie ist schon was. So, was haben wir denn auf dem Programm? Lass mal luren. Ford Camo, genau, genau. Aber bevor wir zum Ford Camo fahren... Äh, ja. Hier. Äh, die Leitern werde ich noch wegmachen. Die kommen eventuell auf die Seite. Ja, müsste gehen. Und dann kommen hier, äh, vier Klingenfallen doch unten rein. Ich hab mich dann doch dafür entschieden, die Klingenfallen zu benutzen. Ich muss nur gucken, wie sie anordnen, da ist sie alle unterkrieg. Und, ja, wie immer, nach der Horde Nacht, strike halt, wenn wir grad schon mal hier sind. Da haben wir schon lang nicht mehr reingeguckt. Da haben wir schon lang nicht mehr geguckt. Müssen wir mal ernten hier. Was bringt das? Einen Garten zu haben, den wir nicht benutzen. Jetzt mal ernsthaft. Ist halt nur schade. Äh, haben wir ja irgendwelche Seeds. Ja, kümmere ich mich später drum. Äh, es ist halt nur schade, äh, dass das Anpflanzsystem hier in, in, in der Alpha, ja, die haben mal gut was reingeholt. Weil in der Alpha nicht so, nicht so toll ist, dass die Samen beim Ernten verschwinden. Also, das ist schon schade. Es ist zwar realistisch. Klar, natürlich, wenn ich ernte, bleiben keine Samen in der Erde. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber, äh, ich fand das in der letzten Alpha einfach. Nimm das Moped mit. Oder willst du zu Fuß da hinlaufen? Mein Herrn. Was hast du denn heute wieder im Kopf? So. Jetzt aber. Einmal tauschen. Mein. Leute. Ich bin noch nicht so richtig angekommen. Bin noch nicht so richtig wach. Verzeiht mir. So. Das da hoch auf eins. Das da runter. Zack, zack. Wo müssen wir hin? Dahinter. Ford Camo. Los geht's. Okay. Okay, das ist also Ford Camo. Okay, okay. Das sagt mir gar nichts. Das sagt mir gar nichts. Das Ford Camo. Da ist noch ein Horschi. Dann halt lieber so. Gut. Wollen wir hier mal ein paar Meter weiter. Ich kenne es nicht. Dürfte interessant werden. Das waren die ersten. Schießen wir doch mal da weg. Da hinten ist doch ein grüner. Genau. Kommt ihr nur her. Verkehrter Zeitpunkt zu nachladen, mein Freund. Gut. Gut, 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 gut. Bis dahin alles in Ordnung. Erste kleine Welle. Wir leben noch. Die erste kleine Welle und wir leben noch. Gucken wir hier erst mal weiter. Hier dürfte eigentlich nichts sonst mehr sein. An Zombies. Eine Schmerztablette. Gut, nehmen wir. Stuhl nehmen wir mit. Munitioner. Ein paar Neuner. Sehr gut. Ein paar Neuner-Mumpeln sind immer gut. Ein Robotnik-Buch. Wir brauchen noch 21. Dann sind wir damit durch. Hm. Ja, komm, wir nehmen alles mit erst mal. Rausschmeißen können wir immer noch. Werkzeuge-elektrische Fallen. Okay. Das war die Seite. Oh-oh. 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 Docks incoming. Ja. Blöde Dreckviecher. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Mistviecher. Verrecken in der Hölle, Soldier. Verrecken in der Hölle. Trinkt das. Macht das weg. Und hol dir das in den Kopf. Was war denn da? Was haben wir denn da? Okay. Wir haben wieder ein paar. Wir haben wieder ein paar. Sehr schön. Sehr schön. Bis dahin, alles gut. Bis da, hierhin, alles gut. So. Einmal weitergehen. Können wir doch mal hier hoch. Und dann machen wir hier mal auf. Wenn da jetzt irgendwelche Horschis drin waren. Aha, da hinten kommen welche. Gefickt. Eingeschädet, mein Freund. Warum springt ihr denn nicht? Aua. 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 war es das mit euch lad nach weil ich bis sonst da ich das zelt weg gesprengt habe weil wenn die jetzt erst worden die asis nicht nett gut immerhin ein weniger zwei weniger gut das war die abgefrühstückt damit hast du nicht gerechnet mein freund blöder köter blöder wo du verschwindest stahl immer gut nein macht das dann kaputt ein paar werkzeuge sind wir auf 100 dann sind wir auf 100 was die werkzeuge betrifft ok hier ist noch missionshaufen ja ist okay ist okay kann man so machen kann man auch machen so wo geht es jetzt hier weiter wo geht es jetzt hier weiter ja drohen die nehme ich erst mal nicht mit noch ein autobuch dann haben wir dann können wir den buggy bauen aha guck mal guck mal guck mal guck mal was denn hier was ist denn hier da ist ja ein tresortür dinge ein tresortür dinge ins kirchens das heißt das geht noch unendlich weiter das war dieses ach da kommt da ist doch schon der schalter da ist doch schon der schalter leute ist das was wert ja das ist schon ein bisschen was wert das kann man zerstören das kann raus ketten mod können wir zerstören ja da ist ein schalter den betätigen wir doch ich denke mal mit alle höchstwahrscheinlichkeit dürfte das der weg sein wie es nach unten geht hier ok alter wollt ihr denn hier danke droni pad pad danke droni hast mich gerettet droni hat mich gerade gerettet auch mal nachladen jeder sollte ein freund wie droni haben die einen rettet ja jemand hier drin da ist der entblut hier ist eine tür hier ist eine tür hier ist eine klappe das wird wieder getauscht macht die klappe hoch macht die klappe hoch hier ist ein hier ist eine andere Okay, zur Not nochmal hier raus durch die Tür. Gut. Was haben wir denn hier? Ein wenig Kohle. Ein wenig Nitrat. Was ist hier drüben? Wir sind immer noch nicht fertig. Okay, okay, okay. Ich mach das mal so. Dann holst du dir das Nitrat hier mit. Aldiweil, wir müssen ja noch ein bisschen... Wir müssen ja noch ein bisschen Schießpulver herstellen, brauchen wir auch. Dann nehmen wir das Nitrat hier mit. Für Schießpulver ist das immer gut. Zack, dann komm raus hier, Drohni. Danke. Und jetzt auf der anderen Seite weiter dasselbe. Genau, das habe ich nämlich erwartet. Mich nämlich genauso hier erwartet. Das habe ich genauso hier erwartet. Lad nach. Draht. Du bist da. Ja. Du bist da. Wie geil. иниh obey? Du bist da. Ich persönlichol hier. Ich möchte. was ich hier tą. Alter. Alter. Gefällt mir gar nicht, was hier gerade passiert. Liebe Leute. Es war aber auch unfair von euch hier. Dadnach. Hintenrum, mir in den Rücken zu fallen, ihr Schweine. Macht man jetzt sowas? Ah, reudig. Das war reudig. Ach, oben fehlt noch was. Oben fehlt noch was. Gut. Hier sind wir erstmal durch. Sehr schön. Oben fehlt was. Was ist das? Jagdgewehr. Können wir reparieren. Nehmen wir mit. Oben fehlt was. Gut. Zerstör das alles, was du nicht brauchst. Die können wir... Na, den nehmen wir mit. Gut. Hier vielleicht Antibiotics direkt drin. Ne, aber ein Schmerzmittelchen. Ein Schmerzmittelchen war da drin. Immerhin. Zack, 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 zack. Halt, Troni. Du hast doch bestimmt... ...ein bisschen Honig für mich. Danke. Weiß ich sehr zu schätzen. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen, Troni. Was hast du hier drin? Was zu essen, was zum Trinken. Sehr gut. Können wir gebrauchen. So, Kiste. Bogen schießen. Und Sturmgewehre. Das kann ich verkaufen. Nice. Mumpeln. Eine Mod. Auch nice. Drei Handfeuerwaffenteile ist in Ordnung. Ah, Troni. Dietriche. Danke. Danke, liebe Troni. Aber ihr fehlten oben noch. Der Knall hat sich aber auch nicht normal angehört. Hier hast du wieder die Trichet. Zerstör das. Robotnik. Da haben wir bei 82. Handyland. Neun Uhr, da geht noch. Handyland geht noch Zeit rein. Den Rest nehmen wir so mit. Gut. Einmal hier reingeguckt. Einmal hier reingeguckt. Einmal hier reingeguckt. Ich muss ja irgendwie immer meinen Rüssel überall reinhalten. Geht ja nicht anders. Ja, ihr seht ja. Wieder was zum Verkaufen. War doch wieder was zum Verkaufen dabei. Da ist wieder was zum Essen. Wo ich nicht drankomme. Gut. Sagen wir mal, behaupten wir mal, das war's erstmal. So, dann müssen wir nämlich jetzt noch Hier noch ein paar platt machen. So. Moped steht da. Ja, dann würde ich sagen, wir haben's. Wir haben es. Fort Camo. Da liegen Minen rum. Muss ich auch drauf achten. Äh, apropos Minen. Haben wir das Buch eigentlich? Äh. Wo war das? Wo war das? Sprich da. Wo war das? Fallen? Ne, hier muss ich gucken. Hier muss ich gucken. Große Kuh. Nee, da war dann nichts. Das Tagebuch des Jägers auch nicht. Nachtpirscher. Nein, einon. Nein. Aber das Gefecht in der Stadt. Landminen, der die genau. Landminen detonieren nicht. Das ist sehr schön. Das ist ein wichtiges Buch. Vor allen Dingen, wenn man in so Militärcamps reingeht. Weil da sind ja überall... Sind da ja Minen. So, wir sehen uns beim Händler. Jenny Girl, ich bin gleich bei dir. Ich komme. Attacke. Die um die Kurve. Und stopp. Und schon sind wir da. Wart nach, direkt. So. Rein, raus. Zack, zack. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Lass mich hier erstmal reingucken zuerst. Dann brauchen wir mal... Droni. Droni. Ach, Droni, komm doch rein. Oh, wir haben auch nur noch einen. Okay. Müssen wir demnächst mal ein paar neue basteln. Dann müssen wir noch ein paar neue Rap-Kids basteln, glaube ich. Wenn ich mir so... Ja, wichtig. Kettensäge. Wir nehmen die Zeitschriften auf jeden Fall. Die Kettensäge, die können wir schön verkaufen. So. So, so, so. Das, das, das. Ja, ich nehme sie mal mit. Ich nehme sie mal mit. Den können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Was haben wir hier noch? Entschuldigung. So. Bücher ist... Warns... Wobotnik. Bogen. Speere. Uninteressant, also. Aufgaben. Fallen, abholen, säuberen, abholen, säuberen. Alles weit weg. Shotgun-Messiah-Range. Machen wir beim nächsten Mal. Machen wir das nächste Mal, liebe Leute. Wir stellen jetzt, glaube ich, noch... Die... Beziehungsweise bauen, glaube ich, noch das Dings um. Wir haben einen Erdbohrer. Damit geht das schnell wegzuschlagen. War hier was drin? Nein. Gut. Gut, gut, gut. Einmal hier rein. Drück einmal hier auf den Mach-Leer-Knopf. Äh, ja. Tools. Machen wir das mal so und den mal runter. Mods. Gehen hier rein. Dann unten in den Sale. Geht das hier mit da rein? Sehr gut. Sehr gut. Dann... Ach, 110er, das ist in Ordnung. Das ist soweit in Ordnung. Da haben wir auch noch 1000. Das ist auch noch in Ordnung. Wir brauchen Sprit. Wir brauchen Sprit. Nehmen wir mal mit. Machen wir so. Ach, nimm doch direkt schon mal. Nimm sie doch direkt mit, mein Freund. Nimm sie doch direkt mit. Das kann man auch gebrauchen. Und dann nimm auch direkt das Wiring-Tool mit. So. Ab nach unten. Dann... Mach dich mal hoch. Mach dich mal hier rein. Lade Sprit nach. Lade Sprit nach. So, das haben wir jetzt soweit. Jetzt brauchen wir einmal... Das habe ich natürlich vergessen. Ich bin ja dumm. Ich bin ja dumm. Die tauschen wir mal aus. Warte mal, ich weiß noch, ob wir noch brauchen. Ich bin ja dumm. Weil ich blöde bin. Ich bin ja dumm. Einmal hier runter. So. So, wo machen wir... Wenn wir das hier hinsetzen, geht das? Kriege ich das verlängert? Ich muss es probieren. Ich muss es wirklich probieren. Wir können natürlich... Ja, das glaube ich, mache ich jetzt als allererstes. Bevor ich das... Ja. Ich habe es... Das war's. Ich muss es probieren. Dann kann ich das... Das war's. Janbari. Aber es war's. Ich muss es probieren. Also, ich muss es probieren. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, mehr können wir nicht aufwerten jetzt im Moment. Mehr können wir nicht aufwerten. Ich schaue doch mal, wo wir jetzt die Dings angeschlossen kriegen. Wie wir die angeschlossen kriegen, würde mich mal interessieren. Hm. Hm, hm, hm. Ich hier irgendwo was dran setze, wo ich dann von hier aus drankomme. Sag ich mal. Hm. Hm. Das wäre... Schau mal mal halt, was haben wir hier gesehen. Das kann weg. Äh, ja. Bastel den mal hier dran. Wir basteln das mal da dran. Und sie springen ins Feld, mein Freund. Ab nach oben. Ist das das? Ja. Dann schaue ich doch mal, ob ich das angeschlossen kriege. Zack. Einmal von hier. Jawohl. Ich hab's hingekriegt. Ich hab's angeschlossen gekriegt. Und, Leute. Sehr gut. Das heißt dann von hier. Nach da. Dann brauchen wir natürlich auch. Auch da. Dann brauchen wir auch noch ein paar mehr Motoren. Dass das Ganze löft. Löbt. So. Hier haben wir die Leiter für raus. Sehr gut. Die ist mir angeschlossen. So. Dann stehen wir ja eigentlich ganz gut da fürs nächste Mal. Liebe Leute. Das heißt, wir sind so gut wie... Startklar für die nächste Hortenacht. Wir sind so gut wie Startklar für die nächste Hortenacht, Leute. Auch nicht schlecht. Fallen. Was fallen? Ja. Geht hier rein. Das geht alles hier rein. Ja. Können wir noch irgendwas machen? Ja. Schmeiß mal noch ein paar... Warte. Das sind noch ein paar Repkits. Da ist noch was vorbereitet. Können wir 30. Mach mal 15. Die kannst du durchjagen. Dann ist das fürs nächste Mal gut. So. Dann haben wir hier noch Rohstoffe. Gehen die rein. Vergeben noch ein paar Punkte zusammen, liebe Leute. Dann haben wir hier auf die 5. Nämlich hier für die Präzision schwitzen. Ja. Ja. Das hat seinen Sinn. So. Hier wollen sie auch stellenweise rein. Gibt so aus. Egal. Das ist aufgewertet soweit. So. Ist hier noch Schlüsse drin? Ne. Da brauchen wir also noch einen Millimeter Munition. Munitionas. Munitionas. Und wir brauchen ein bisschen Schrot. Munitionas. Schrot. Hier können wir 267. Ja. Ja. Das mal durch. Genau. Und mach hier mal Schießpulver. Oh. Brauchen wir noch ein bisschen. Genau. Das war das. So. Dann machen wir hier noch eine Ladung Baublöcke. Okay. 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 Einmal die Muttersäge. Einmal Schöperitz. Ich gehe jetzt noch ein bisschen. Ein bisschen Holz machen. Ich habe nämlich keins mehr. Wo müssen wir da hin am besten? Da. Fahren wir mal hier irgendwo hin. Fahren wir hier hin. Ja. Ich fahre ein bisschen Holz schlagen. Damit wir auch weiter aufwerten können und so weiter. Liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat. Lasst doch. Aua. Lasst doch bitte ein Like da. Oder haut auf den Abo-Button. Genauso sieht es mit den Kommentaren aus. Ihr wisst wie es läuft. Kommentare reinschrauben für den YouTube-Algorithmus. Wird mich auch sehr freuen. Wird meinen Kanal weiterbringen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.